so meine Damen und Herren Willkommen hier zu einer neuen Folge Fortin Shareshock Live hier auf einem Kanal heute nicht alleine wir haben jemand kleinberühmten dabei die kennt man ja weil du überall in Minecraft drin bist und okay eigentlich bist du großberühmt so für mich ist er persönlich gerade recht laut gewesen ich weiß aber auch nicht ob bei der Aufnahme gerade recht laut ist mir auch gerade relativ egal wenn dazu das mache ich einfach noch einmal eine Aufnahme war heute habe ich recht gute Laune und recht viel Zeit noch noch wo uns eine kleine Sache eine menge ist Level 25 und ich bin Level wieviel 64 64 also es ist sehr sehr ausgeglichen ja warum auch nicht 36er der Mensch ist schon okay mir kam jetzt ein Tipp ich soll noch viel mehr Multiplayer aufnehmen viel mehr Multiplayer zeigen weniger Singleplayer dazu möchte ich nur mal sagen die ganzen Singleplayer Sachen die Story Sachen das interessiert mich viel mehr und die kann ich aufnehmen wann ich möchte und bei Multiplayer ist es wieder so dass ich wieder warten muss bis irgendjemand Zeit hat oder bis ich mit denen Zeit habe und das ist recht recht schwer so mal gucken ob das dann treffen wird's ich glaub dann ehens mehr aber noch mehr Moods noch mehr Moods noch mehr Moods noch mehr Moods aber jetzt kommt er hier mit dem Blitz an dafür komme ich mit dem Spiel an was wir eigentlich auch spielen wollten es gibt wirklich Projekte die ich heute gerne aufnehmen möchte Portal, Worms, Shellshock, Battlefields das sind schon mal Blitze ja hast doch gerade gesehen dass ich sie mag hier wenn sie da bleibt sogar recht gut liegen sogar ja genau das habe ich jetzt mir gedacht Au äh jetzt bin ich mal getroffen ey mal nur Pick und Sieg oh da ist ja so ein Zopfpackl Imb-Blaster und Sieg Was ist ein Ziffer-Quad? Quad ist glaube ich vierfach oder? Doch mal Es ist eben nicht Nee Ja ist vierfach Oh und das mit Doppel-Damage Hätte bestimmt recht gut Schaden gemacht also für mich ja noch recht recht gute Waffe dafür da ist ein Newt dabei oder nur eine Newt die habe ich doch nicht bis können die Bekommenskippen da war und sich ab 80 es ist da muss ich noch ganz schön dafür hinblättern ja 100 Schaden Mist das ging ja ging an ich hab gedacht er geht vorbei da was hab ich denn noch so so eine Schildfläche Los Snake und wie erinnert mich das vor uns an die äh gleich Runde wie wieder so ein Stellungskrieg Ding fuck wir haben nämlich vorhin schon eine Runde gemacht und da war nur Stellungskrieg Oh nein Regen da ich nicht mal erwischt Nein was ist die Waffe weiß ich nicht nicht ach so und mich sogar getroffen mit zu zu schauen ich weiß ich habe eine Waffe die jetzt eigentlich recht gut wäre dafür aber ich lass es mal lieber sein weil ich bin hier nicht so Leute wisst ihr doch ich bin ganz freundlicher los so ein Typ und Prozent immerhin soll er auch nicht zu verlieren und traurig zu sein aber auch ohne Gott weiß was war es auch noch der Trace und ich hab drei ihm die Klasse ein Schöpfen ein zu wollen Kaktos die Waffe die man sowieso kommen nutzen weil man sie noch selber nicht besitzt und die trifft sogar sehr 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 gut nur dass der Berg davor ist der Berg stört ja schon 110 ja jetzt überlegt mal 150 und sich wenn locker dabei gewesen okay wie wohl trifft nischt trifft auch was die jammere ja ich habe hier die Waffe so nicht die trifft auf dem Boot explodiert was war die zu durch die Linie nicht zu die Nacht ich bin sie um und neue auf sich zu bewegen Prozent das ist die großen Reise hat er zumindest gebracht welcher bringt nichts bringt verhasst das blätter bringt nichts der zwickler da kommt noch mal mama die ps wenn die mit dem ersten schlag treffen wenn sie in der base sind sind machen sei ich auch noch recht gut schauen magst du der mag ich zu scharf schützen das nicht du bist nicht noch ins gesicht mann aber du hast hier allerdings den gräser gab es ins abschneidbar so auch genau der frucht nicht wenn du schon mal genau muss ich muss irgendwas nachlegen es ist schieße doch hier ich glaube die treffen tust ja hier okay doch es will mal achte um ich hab ja ja auch genau ja es hat ganz genau das muss auch schmerzen führen egal nicht egal wo es vor der wendung noch nicht ja was mache ich jetzt verstehe ich warum er die munz unterschätzt ich finde ne 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 3d die waffen würde ich auch noch nie ich habe noch nie mal irgendwie eine vorentwicklung gehabt die munz für mich allgemein ein bisschen mystisch im nahe kampf sind so gut aber sonst sind sie sowas von random hundertölfers in den hänger ja der trifft ach so das ist okay 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 magst du bananen oh ja oh ja ich liebe bananen wow fuck müssen wir treffen nicht wahr was haben wir noch schönes oh ich krieg nur scheiß oh ja oh ja die waffe habe ich mir vorhin gekauft aber die trifft nicht hast du hast die waffen gekauft ja das haben wir gut aber die trifft nicht bei uns ist traurig Bilder Euro 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 mit Hütte Euro so kritisch ist nie weil du Katz Marx aber er ja ne ich kann nicht kommen was ok ich werde die gewinnen au du hast nämlich jetzt eine Waffe au so bitte tja oh das waren die munz die haben noch nie mal richtig getroffen nein ja ja scheiße ich hätte ich endlich zu stellen aber weiß ich ob ich treffe du triffst nicht du triffst nicht du triffst niemals nein 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 ja das war fuck und sagt adieu zu deinem schönen Leben nein nein so läuft das ab so zur nächsten Runde schon wieder gegen Enderman nee aber diesmal ist erst erst dran und ich bin mal freundlich und komme ein Stück näher ran ich war ok magst du du mag ich nicht ja ich kann dich eh nicht treffen deswegen ne ja alles war knapp hättest du nichts was getroffen hätte was habe ich eigentlich so schönes für Waffe oh oh diese Waffe kapiere ich bis heute nicht ok das battery ram ich kapiere diese Waffe nicht magst du Monde Prozent oh ja aber nur wenn sie mir nicht weht Ohl tun Ohl nein hat sogar sehr getroffen oh man äh ich lass ihn außerdem nichts nicht freiwillig gewinnen das müsste schon wissen ja schon klar ja für die Leute die gerade zu gucken weißt du wir müssen ja auch wissen los Digga ah passt nicht ne also ich hab äh für die Leute die gerade zuschauen ich hab grad noch nebenbei bald gefragt ob man vielleicht noch mitmachen möchte er hat leider gesagt nein mit dir wichser spiel ich nie wieder ja nein spaß beise äh mit ihm wird es dann was anderes noch aufgenommen äh was äh entweder battlefield oder portal muss ich dann mal schauen mit was sie äh was ich mit ihm dann aufnehmen ich werde jetzt wieder heute so eine größere aufnahme season machen das dann auch nach steinen weil ich weiß nicht wie ich jetzt in nächster zeit arbeiten muss äh oder gehen wir und oh mein gott so recht gut oh komm ich ran komm ich ran komm ich ran komm ich ran ja genau genau wo mein tag leer ist wow fleets 6 damage hab ich dir gemacht wow fleets ich fühl mich stark ey du hast mir 6 damage gemacht ne du hast mir 6 ne halt du hast dich du hast dich du hast dich 20 und du hast mir 6 gemacht au au jetzt habe ich 53 gemacht mal ran da frag ich doch nicht hoch hm hast du Hunger ja ja hab ich sogar Banane fuck he 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 oh ja oh ja ich hab nicht gedacht dass die trifft ich hab nicht getragen gar hab nicht gedacht dass ich damit treffe ich bin ich bin gerne in eine Disco nein egal frag sie ist die Disco mag ich auch nicht äh da kommt da jetzt nein Herr äh mit was könnte ich jetzt äh ja du sollst in den Boden gehen na jetzt höre ich gar nicht mehr raus haha alles geplant einer muss er leiden oder jetzt rieche ich auch kein Erdbeben mehr ich glaube ich hab nicht so hoch ist ich glaub ich hab Erdbeben ne ich hab kein Erdbeben counter free ich mach jetzt ach komm ich mach erstmal das hier ah regeln wirst du etwa nass und hast Angst oder was ich mag andere nass ja die mach ich auch los schuss jetzt das ich glaub ich selber aber jetzt kommt das hier der jetzt regn gepasst ja ja auch die kann die kann es auch doppel der Welt einsammeln das habe ich mir auch gerade gefragt eigentlich ist es ja ein unsichtbarer Schuss denn du nicht siehst nur in den Schatten also ich hab weil ne gute Waffe aber ich kann die einfach nicht einsetzen blöger blöger ne der war knapp aber Spatz ist gut der kann ein bisschen nur Charme machen ja egal es kommt ja eh neue Waffen jetzt dann los ach komm ein ich mach jetzt so das ich mach bin jetzt hier ein bisschen fair mach einfach das hier luck oh fast eingesammelt ich hab kein Glück oh ich hab Glück komm ich da hoch jawoll karte äh ich hab ich hab was recht gutes Les go die Musik dazu nein jetzt komm ich hier oh ne Ich komm auch nicht mehr hoch oder runter boah ich war ja echt zu dir sonst müsste sie kuscheln ich schick dir mal was rüber ok war relativ gut ja war sogar nicht eigentlich die Waffe die ich wollte ich wollte eigentlich was ganz anderes bin aber recht froh dass ich das nie gemacht hab nochmal ran hier ach zu scheiß noch näher ja kann ja dann sagen wenn ich tot bin los Peter und von jahre das ist das jahre hat aber das kalt war aber zu liegsten stimmts die US-Zone so du machst auch Blumen oder ja nee zu spät er krittet einfach 300 mal oder so 13 noch nur ist genau fahren sniper portalschutz er hat er hat zwei es ist doch nicht da war es vorhanden er ist ja fast zurückgekommen ich fühle mich erinnert mich als gehofften bei paul au er wird weißt du was ich hatte was er hat zwei messer und deswegen wollte ich sogar kommen gut sagen deswegen wollte ich kochen ach so wie sie es nicht so leute das war es mit dieser folge ich habe euch hat sie gefallen und ich hoffe ihr gebt auch noch um ab oder lassen wer es nicht gemacht hat und dann müssen wir sagen wir haben das wort und zwar liebe ich bin der manuel der manuel ciao